Es ist 3 Uhr. Zeit aufzustehen. McQueen, Cruz, ausstehen. Oh, bin ich müde. Hallo, Valeria. Hey, ich bin schon wach. McQueen, hör auf, hör auf damit, du stinkst dir alles durch. Ich bin auch wach. Sieht aus, als ob alle wach wären. Lass uns zusammen zählen. 1, 2, 3, 4 und 5. Alle sind wach. Und jetzt ist es Zeit, uns zu waschen. Ich als erstes, ich als erstes. Metta, ich helfe dir, deine Reifen zu waschen. Oh, super. Das kitzelt. Das kitzelt. Hey, jetzt bin ich dran. Ich bin dran. So, du bist fertig. Und jetzt bist du dran. Oh, das fühlt sich gut an. So, du bist auch fertig. Und wer ist jetzt dran? Ich bin sauber. Aber wir brauchen noch einen Föhn, damit wir uns auch trocknen können. Stimmt, Cruz. Du hast recht. Schaut mal, was ich habe. Hier, ein Föhn. Valeria, was spielen wir denn heute? Oh, ich habe was Spezielles für heute. Na los, folgt mir. Geht alle zur Straße. Oh, juhu. Ich komme. Sturm, warte auf mich. Oh, das ist ja viel Zeug. Wow. Valeria, was ist das alles? Wir bauen heute eine Rennbahn zusammen. Oh, prima. Lass uns anfangen. Keine Sorge, Kinder. Ich helfe euch ein bisschen. Hm, das hier. Ah, das hier kommt hier hin. Hier, wir brauchen das. Und das Teil kommt hier unten hin. Oh, oh, das ist ja schwer. Oh. Oh, das sieht ja schon richtig gut aus. Valeria, schau mal. Diese Rampe kommt hier hin. Ja, das stimmt genau, McQueen. Und das ist extra zum Starten. Juhu, 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 wir haben es geschafft. Schau mal, wie super das aussieht. Prima gemacht. Jetzt müssen wir es nur noch zusammenhammern. Hier ist unser Hammer. Super, fertig. Jetzt könnt ihr es ausprobieren. Juhu. Juhu, juhu. 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 McQueen, na los. Jetzt du. Lass uns das mal ausprobieren. Komm, bist du bereit? Und los. Juhu. Oh, das war klasse. Ein Riesenspaß. Super gemacht, McQueen. Das sieht nach Spaß aus. Jetzt könnt ihr weiterspielen und ich bereite so lange das Essen zu. Oh, lass uns dahin rennen. Na los, na los. Ein Wettrennen, du hast keine Chance. Oh, das wird interessant. Ich kommentiere alles. Freunde, willkommen zu unserem Wettrennen. Juhu, das wird toll, das wird toll. Der erste Fahrer ist McQueen. Ja, ich bin bereit und ich werde gewinnen. Und als zweites haben wir Sturm. Drei, zwei, ein und los. Los, McQueen, na los. Ha, 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 ha. Das war's für heute. Die erste Runde ist zu Ende. Na los, es geht weiter. Oh, ich gewinne. Nicht so schnell. Oh nein. Oh nein, ich helfe dir. Los, los. Und Ende. Juhu. Oh, das war klasse. Ich habe gewonnen. Nein, ich habe gewonnen. Nein, ich. Hey, hey. Und es war ein klares Unentschieden. Morgen werde ich gewinnen. Oh, das war ein klasse Rennen. Aber jetzt habe ich schon Hunger bekommen. Lass uns losfahren. Ja, ich habe auch Hunger. Lass uns was essen gehen. Heute für die Kinder bereite ich leckere Nudeln mit Tomatensauce zu und sogar noch Würstchen. Ich habe hier die Würstchen. Eins, zwei, drei und vier. Die Würstchen braten wir jetzt. Und in der Zwischenzeit machen wir die Nudeln fertig. Das wird lecker. Und jetzt brauchen wir noch unsere Tomatensauce. Die haben wir hier. Mh, das wird richtig lecker. So, das reicht erstmal. Und für Cruz bereite ich leckere Spiegeleier zu. Mit Bacon. Cruz mag nämlich keine Würstchen. Oh, das riecht ja lecker. Mh. Mh, was gibt es denn heute zu essen, Valeria? Ich habe was Spezielles für euch. Und es ist schon fertig. Mh. Und es ist schon fertig. Oh, lecker. Das liebe ich. Oh nein, da sind ja Würstchen drin. Das habe ich mir schon fast gedacht. Keine Sorge, Cruz. Für dich habe ich was Spezielles. Oh, super. Lecker, danke. Mh. Mh, lecker. Mh, 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 mh. Das ist lecker. Oh, danke für das Essen, Valeria. Es freut mich, dass es euch geschmeckt hat. Und jetzt kommen gleich eure Eltern. Hey McQueen, es ist Zeit nach Hause zu kommen. Okay, Papa. Tschüss, Valeria. Danke. Tschüss. Tschüss. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Hallo, danke, dass ihr dieses Video geschaut habt. Nicht vergessen, drückt Gefällt mir und abonniert diesen Kanal. Es ist 3 Uhr. Zeit aufzustehen. Hey Freunde, steht auf. Ich bin wach, ich bin wach. Oh, sorry. Aufstehen. Hm, da fehlt doch einer. Och Mensch, ich komme ja schon. Lass uns zusammen zählen, ob auch alle da sind. Eins, zwei, drei, vier. Hm, da fehlt doch noch einer. Hey, ich bin hier. Ich komme schon. Jetzt ist es Zeit, uns zu waschen. Wer wird als erstes? Oh, ich werde als erstes. Oh, so viel Schaum. Kommt Tayo, ich trockne dich noch ab. Das kitzelt. Ich will auch, ich will auch. Oh, jetzt bist du sauber, Polly. Oh, ich passe hier nicht durch. Das ist viel zu klein für mich. Hey. Keine Sorge, Blitz. Ich helfe dir. Siehst du, jetzt bist auch du sauber. Oh, Valeria, ich will auch, dass du mich so sauber machst. Ich auch. Kein Problem. Okay. Okay. Jetzt sind wir alle gewaschen. Valeria, was können wir heute spielen? Heute reparieren wir zusammen Autos und bauen eine Autowerkstatt auf. Das muss erst mal weg. Oh, wow. So viel Werkzeug. Und die Seite hier ist für Motorräder. Oh, für was ist das denn? Das ist für unser Werkzeug. Hier kommt das Auto hin, was wir reparieren müssen. Hm. Aber ich frage mich, wie das Auto dahin kommt. Okay. Das Auto kommt hier hoch. Dann parken wir es hier. Und dann wird es hochgehoben. Ah, das ist ja praktisch. Und das hier ist dasselbe. Nur für Motorräder. Oh, unser erster Kunde. Guten Tag. Ich bräuchte einen Reifenwechsel, bitte. Hallo. Äh, aber ich weiß nicht, wie das geht. Tayo. Na klar, das machen wir gerne. Super, vielen Dank. Ich komme später wieder. Wir machen das jetzt zusammen. Vorsichtig. Aber Valeria, woher kriegen wir jetzt die Winterreifen? Ich bin mir sicher, wir haben hier Winterreifen. Wir müssen suchen und die finden. Hm? Hier nicht. Ach, ich weiß nicht. Wo können denn die Reifen sein? Hm. Glaubst du, die sind da oben, Kay? Lass uns mal gucken. Super, Kay. Du hast sie gefunden. Nein, wir haben erst zwei gefunden. Wir brauchen noch zwei. Oh, ich habe hier einen Reifen gefunden. Super, Tayo. Bring den her. Ich komme. Jetzt haben wir eins, zwei, drei Reifen. Da fehlt noch einer. Wer hilft mir, den zu finden? Hm. Ich glaube, da, wo ich geschlafen habe, da gab es noch einen Reifen. Lass mich mal gucken. Oh, ja. In meinem Parkplatz. Da ist ein Reifen. Super, Polly. Jetzt haben wir die vier Winterreifen, die wir brauchen. Oh, cool. Ich kriege diesen blöden Reifen nicht raus. Ruhig, Blitz. Dafür haben wir ein spezielles Werkzeug. Schau mal. Das hier. So, den ersten Reifen haben wir raus. Den Sommerreifen bringe ich schnell weg. Oh, jetzt will ich das aber probieren. Super, Polly. Das sieht schon richtig aus. Oh, ganz schön schwer. Ich habe es geschafft. Ich glaube, der ist locker. Juhu. Ich habe es geschafft. Jetzt fehlt noch die andere Seite. Jetzt bin ich an der Reihe. Raus mit dir. Ja, ich habe es geschafft. Ja, ich habe es auch geschafft. Juhu. Wir dürfen die nicht verwechseln. Das sind die Sommerreifen. Hey, mach du den letzten Reifen. Das sieht aber ganz schön schwierig aus. Aber ich probiere es. Oh, habe ich es kaputt gemacht? Oh nein, ich habe es auch geschafft. Juhu. Prima, aber nicht vergessen. Das war nur die Hälfte der Arbeit. Jetzt müssen die neuen Reifen ran. Der Reifen ist dran, aber wir müssen ihn noch festmachen. Dafür haben wir dieses Werkzeug hier. Und jetzt ist der nächste dran. Jetzt fehlt noch die andere Seite. Ja, ich mache das. Ich mache den letzten Reifen her. Juhu, fertig. Nicht so schnell, Talia. Du musst den Reifen noch festziehen. Ah, habe ich ganz vergessen. Hallo, ich bin wieder zurück. Ist mein Auto fertig? Ja, gerade rechtzeitig. Alle Reifen sind gewechselt. Oh, das sieht ja gut aus. Vielen Dank für die tolle Arbeit. Oh, hätte ich fast vergessen. Hier ist das Geld. Richtig, vielen Dank. Oh, so viel Geld. Tschüss. Das Geld können wir hier rein tun. Wir müssen darauf aufpassen. Richtig, das ist eine sehr gute Idee. Ich bereite jetzt schon mal das Essen zu. Und in der Zwischenzeit könnt ihr noch etwas hier rumspielen. Hallo, hat diese Autowerkstatt noch offen? Ich brauche Hilfe mit meinem Motorrad. Ja, aber wir kennen uns überhaupt nicht aus. Hey, Talia, sei ruhig. Ja, klar arbeiten wir. Mein Motor funktioniert nicht richtig. Könnt ihr mal da einen Blick drauf werfen? Ich bin gleich wieder da. Na los, lass uns mal gucken. Okay, das Motorrad muss erst mal hier drauf. Ach, ich glaube, es steht da sicher. Hey, Freunde, ich habe hier ein Gerät, das das Motorrad analysiert. Hier, ich habe hier eine Pumpe gefunden. Hier, ich habe hier eine Pumpe gefunden. Fertig. Ich überprüfe noch mal, ob auch alles okay ist. Prima, alles ist super. Danke für eure Hilfe. Hier ist das Geld. Halt, stopp. Sie haben den Helm vergessen. Dankeschön. Und Kinder, wie geht's euch? Oh, das war so cool. Wir haben ein Motorrad repariert. Das habt ihr prima gemacht. Ich bin stolz auf euch. Ich habe alles zum Grillen mitgebracht. Zuerst machen wir eine Wurst. Oh, das erste Würstchen ist fertig. Jetzt bereiten wir unsere Hot Dogs zu. Ketchup und Mayo dürfen nicht fehlen. So, unsere Hot Dogs sind fertig. Guten Appetit. Oh, ich liebe Hot Dogs. Mh, lecker. Mh. Mh. Darf ich noch etwas Ketchup haben? Na klar, Polly. Mh. Jetzt ist er perfekt. Ess erstmal noch auf. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Oder amي. Tschüss. Tschüss. Tatsächlich. death.